Die SVP hat nach wie vor diesen Alleinvertretungsanspruch, glaubt, dass sie 35 oder wie viel Prozent sie heute noch hat, der Wählerstimme in ganz Südtirol vertreten kann. Und diesen Alleinvertretungsanspruch, der ist jetzt in sich zusammengebrochen, glaube ich. Das zeigen auch die herben Verluste von 15, 20 Prozentpunkten in den anderen Wahlkreisen. Ich glaube, die SVP ist die eigentliche Wahlverliererin dieses Wahlganges und hat jetzt zu überlegen, wie sie das in Zukunft bewerkstelligen will. Sie sind ja auch Parteisekretär der Freiheitlichen. Wie bewerten Sie denn nun für ganz Südtirol betreffend den Wahlausgang für Ihre Partei? Wir sind sehr zufrieden. Im Wahlkreis Ost konnte Uli Mayer den dritten Platz erringern, also noch vor dem Team K. Im Wahlkreis West, Sabine Zoderer, war noch stärker als die Grünen. Also wir, die Freiheitlichen, die ja schon von manchen totgesagt wurden, sind wieder ganz stark da. Wir sind, mit uns ist zu rechnen. Und dann packen sie am